Herzlich Willkommen zurück in einer neuen Aufnahme. Ich bin Johannes Pauke und weiter geht's mit dem kleinen Let's Play, was wir hier betreiben. Jetzt auch unabhängig von dem Intro, was ja auch inzwischen wieder weitergeht und finde ich auch gar nicht so schlecht. Alter, wie weiße Wolle. Ein paar Eier gibt's auch. Wir müssen aber gerade mal zu Anfang gleich mal unsere Schafe abmähen. Mä, 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 mä. Einmal die Schnauze halten, bitte. Nein, du bleibst hier schon drin. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Zack, zack. Oh, da gab's gleich drei rote Wolle. So muss das weitergehen, Freunde. So, und ich hab mir jetzt Gedanken gemacht zur Wollefarm. Ähm, das soll, hab ich ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, nicht bei uns die direkt vor der Tür entstehen, weil das war doof. Dann bist du gerade da und dann hast du immer dieses Gequieke hier von den Schafen oder das Mä, 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 Mä und das muss ich nicht haben. Ja, deswegen hab ich mir gedacht, dass, äh, diese, diese Fabrik, also alles was mit Industrie zu tun hat, die Wollefabrik und, und sowas, das kommt alles hinter das, äh, Arbeiterviertel. Das heißt, hier ist so unser Dorf, Marktplatz und sowas und, äh, dann können da die Arbeiter nämlich arbeiten, beziehungsweise das Arbeiterviertel könnte darin auch integriert werden. Das heißt, die haben hier, ja, quasi ihr eigenes kleines, äh, Dörfchen für sich, sind ganz unabhängig von uns. Wir sind dann eben nur hier oben, ja, wir wohnen einfach da. Und, äh, die arbeiten hier und wohnen hier, also beides. Ähm, das wird, glaub ich, ganz cool. Hier kommt natürlich noch Pfeiler hin, hab ich ja gesagt, also, äh, Pöller. Hallo, kleiner Zombie, du bist auch da. Aber wir haben jetzt 17 weiße Wolle, äh, rote Wolle. Ähm, ich glaub ich werd die andere weiße Wolle mal färben, dass es ein bisschen vorangeht. Weil, das ist ja blöd. Ah, ich hab gar nichts zuerst mitgegeben. Egal. Ähm. Aber ich glaube, der Leuchtturm, der wird ganz cool. Deswegen, wir werden ihn färben, wir werden jetzt Wolle färben gehen, damit das etwas, äh, schneller geht. Da müssen wir noch, äh, mehr, 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 weißt du schon, hier, Stonebricks haben. So heißen sie. Und es wird nass. Johannes Paulke, warum pennst du denn nicht? Hallo, kleiner Hundi. Und hier muss es noch, äh, vernünftigen Wegchen geben. Und es muss noch vernünftig, äh, ja, Terraforming getrennt werden, damit wir da nicht immer auf die Schnauze fallen. So. Nein, das wollte ich nicht, sondern das wollte ich. Mal hier hoch, bitte. So, pass auf. Ich mach hier einfach mal so eine Arbeiterbrücke. So eine Baustellenbrücke. So, das kommt in die rechte Hand, in die linke Hand. Und mit der rechten Hand bauen wir jetzt mal ein paar Sachen. So, so, so. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, jetzt sind es noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, weiße, rote Wolle. Alter. Das ist geil aus. Das ist cool aus. Das sieht ja mal mega cool aus. Wir warten mal noch ein bisschen mehr, bis es, oder wir machen mal eben so. Alter, ist das cool. Zwei. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Okay. So, ich hab mal eben das Screenshot gemacht. Jetzt müssen wir nur versuchen, ungeschadet, irgendwie in unsere kleine Behausung da hinten zu kommen. Also im Arbeiterviertel steht ja noch ein Bettchen. Da können wir wohl eben knacken gehen. Das ist nichts zu dem Problem. Hallo, Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Entschuldigung. Aber wenn ich Hundis sehe, werde ich total hysterisch. Und ich werde mal eben einen Schluck trinken auf unserer kleinen Flucht, die wir hier betreiben. Ah, ja, so ist schon besser. Okay, hier oben drauf ist es nur noch extrem dunkel. Das kriegen wir aber alles hin. Leuchtturm habe ich ja gesagt, wie wir das machen. Da werden wir das ganz einfach machen. Mal oben drauf wahrscheinlich mit Redstone-Lampen und oben drauf einen Target-Sensor, der dann eben eine Schaltung an- und ausmacht und das dann rotieren lässt, das gute Licht. Aber das werde ich noch in einer, ja, das werde ich vorher auch vorbereiten und dann brauchen wir das quasi nur noch abbauen. Von daher, das ist, äh, technisch gar nicht so anspruchsvoll. Hallo? Keiner da. Okay. Das geht alles noch. Ähm, ich glaube, da gibt es wesentlich schwierigere Sachen. Und ich habe den Herr-Typ eingeladen, dass er mir hilft, äh, dieses, äh, Disaster, anders kann ich es nicht nennen, dieses Disaster etwas zu verbessern. Weil, äh, das ist ja kein Zustand. Also zumindest das Weiße da oben. Aber mein Dorf gefällt mir trotzdem ganz gut. Oder das Dorf an sich, ähm, ist ja nicht nur meins, aber man weiß, glaube ich, was ich meine. Das Häuschen gefällt mir immer noch am besten. Das finde ich immer noch richtig schick. Auf jeden Fall, wir werden jetzt mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Farbe zusammenkramen. Und, äh, mal so weit oder so viel wie möglich eben umfärben in Rot, dass wir ein bisschen weitermachen können, weil das ist ja echt doof. Jedes Mal dieses Hin- und Hergerenne, es geht mir voll auf den Sack. Rote Beete. Warte mal. Da fällt mir ein, Rotbeete kann man nehmen. Ja, aha. Äh, eine Blume behalte ich doch immer ganz gerne. Wegen Ankultivierung. Ja, ja, funktioniert zwar ein, mit Blumen nicht so, dass man die anpflanzt und die vermehren sich, aber, egal, eine soll zumindest drin bleiben. Den Rest können wir von mir aus verwursten, aber, eigentlich sollte man drin bleiben. Damit wir es wenigstens haben. Bei Holz ist es nicht ganz so schlimm, das kriegen wir wohl wieder. Aber wann kommt es mal vor, dass ich Blumen sammle? Ne? Guck mal, wie schön das im Wind weht. Ja, cool. Das gefällt mir richtig gut. Oh. Da hat wo einer gepuscht? Ah ja, und hier ist ja der Creeper gewesen. Blödes Mistvieh. Ach ja, hier wollte ich Pistons einsetzen. Ah ja. So sieht es erstmal fertig aus dann. Ist ja auch nicht so schlimm. So, pass mal auf. Dann, da ist eine reife Rotebeete. Und da ist noch eine reife. Äh. Sechs neue Samen, sehr schön. Also insgesamt sind es ja nur vier. Weil, naja. Zack. Rote Farbe. Rote Rosen. Und einmal. So. Zack. Ah ja, immerhin. 28, da können wir ja schon mal was mit machen. Guck mal eben nach. Rote Farbe. Mit, äh, Blumen. Ja. Rote Blumen und rote Beete. Da kriegen wir das mit. Ähm. Und das hier. Werde ich heute mal angehen. Weil, äh, das sieht sowas von beschissen aus hier. Da hab ich mir ja schon mal was überlegt zu, wie man das am besten oder am dümmsten anstellen kann. Da bin ich jetzt auf eine Lösung gekommen. Erstmal ganz viel gehabt. Ist ganz klar. Aber wir brauchen auch diese Dinger hier. Die Stufen. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Überlegen. Ähm. Das soll ja schon noch einen runtergehen. Und dann so in den Gully hier vorne rein. Das trifft sich ja gut. Hallo, kleines Wasser. So. Hier ist ja dann quasi der Gully, wo das dann alles reinläuft. Das ist ja hier. Der Gully ist so gebaut, dass, da läuft alles rein. Alles. Das heißt, ähm, wir haben hier unsere kleinen... Das wollte ich gar nicht machen. Scheiße. Na, egal. Ah, ich wollte heute was anderes machen. Egal. Das machen wir jetzt. Ähm. Warum ich das so mache, ist ganz klar. Oder ganz einfach. Weil. So. Da kommt hier noch eine Reihe Slaps drauf. Hier vorne vor. Und auch eine Reihe Slaps. Es sei denn, wir können das... Also hier muss auf jeden Fall auch ein Slap hin. Läuft das Wasser hier drüber weg. Ähm. Ich würde mal sagen, wir probieren das mal eben aus. So. Ich mach das mal eben so. Einfach nur so provisorisch, dass mindestens alles da vorne einmal hinkommt. So. Das heißt, hier brauche... Hier müsste ja gleich alles landen. Aber vorher mach ich Slaps. Weil sonst, äh, vergesse ich wieder. Zack. Äh. Ein paar Slavity Slapmans. Gut. Inzwischen finde ich diesen Tisch eigentlich ganz cool. Oder diese Kr... Diese Säge. Weil. Wenn du jetzt, ähm, nur zwei Slaps brauchst, dann brauchst du nicht sechs Stück machen und schmeißt die zwei oder vier Stücke in die Kiste. Das ist ja völliger Schwachsinn. Oh. Wo kommt er denn her? Guten Tag. Moin, Willi. Ah, ich höre schon wieder. Da unten ist Party. Äh. Ach, Freunde. Kumpel. Kumpel. Hi. Solange hier kein Creeper ist, ist das alles kein Problem. Und das ist eben das, was den Reiz hier auch so ein bisschen ausmacht, will ich mal sagen. Weil, ähm, ja hier kann unten, hier unten kann eben immer was sein. Deswegen sitzen auch hier die Redstone Torches und nicht die anderen. Weil das soll ja auch so sein. So, guck mal. Jetzt haben wir das hier mal aktiviert. Jetzt möchte ich mal gucken, ist der Marktplatz unten jetzt geflusset? Beziehungsweise der Weg unten? Oder ist da alles, äh, Papi? Ne, guck mal. Genau so soll das sein. Genau so will ich das haben. Das Wasser läuft genau bis hier vorne vor. Nicht oben drüber weg. Genau, geil. Gut, hier vorne liegt jetzt ein bisschen was. Aber das macht nichts. So, ist alles jetzt, äh, weggetragen worden. Sonst habe ich ja nichts von dem Kram mit. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal alles in die Hand. Alles, was wir haben. Schmeiß das jetzt einfach mal da noch mit rein. So. Ach dann, Wasser nimmt aber eine richtige Geschwindigkeit auf. Alter. So. Das ist auch noch alles mit aufgesammelt. Gut, der säuft später ab. Oder säuft gleich ab. Weil, äh, er kann ja nirgendwo anders hin. Zack, zack. Okay, das haut dagegen. Und dann schwimmt es erst nach oben. Jetzt gehen wir mal eben nach unten. Ah, ich höre eine Kackspinne. Mal mal den Express. Zack. Tschüss. Ähm. So, dann werden wir uns aus dem Zeug gleich ein paar Brote machen und dann ist es gut. Und das hier müssen wir auch noch fertig machen. Aber dafür brauchen wir Schleim. Schleimie, 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 Schleimie. So, alles ist, äh, Pico. Jetzt können wir mal gucken. Siehst du, das ist jetzt nämlich alles, äh, abgetrunken hier oder abgesoffen. Jetzt liegt hier der ganze Ertrag. Genau so will ich das haben. Jetzt haben wir bekommen. Ach, du großer Gott, äh, großer Gott, äh, mein Mann, Mann, ey. Jetzt haben wir echt viel bekommen. So, zack, zack, zack. Ähm, ähm, alter, das ist heftig. So, ich pflanze mal eben nach. Dann wissen wir genau, was wir an Ertrag hatten. Ich meine, es war ja genau dasselbe, was wir jetzt, äh, drauf machen. Von daher ist das, äh, eigentlich ein guter Vergleich. Mal zu gucken, okay, was haben wir investiert, was haben wir rausgekriegt. Beziehungsweise auch mal zu sehen, wie viel auf unser Feld überhaupt drauf geht. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das so machen. Zack, 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 zack. So, so, so. Und dann einmal noch hier vorne. Und, äh, ich will das unbedingt fertig haben. Hier mit dem, mit dem, mit dem Redstone. Damit wir das nicht jedes Mal von unten machen müssen. Sondern dann können wir ganz entspannt in die Hülle gehen. Sagen, gut, komm, weg damit. Und dann kommt es weg. So, wir haben jetzt bekommen. Eins, zwei, drei, vier Stacks und 29 Weizenkörner. Weizenkörner und zwei Stacks und 42 Weizen. Das ist eine Menge. Also, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Brote von schmieren. Das ist nicht schlecht. Aber es ist wirklich gut, finde ich. Da gab es schon deutlich, deutlich schlechteres. Finde ich wirklich cool. Ähm, wir werden mal ein bisschen Weizen... Ah, haben wir hier. Guck mal, ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ja, das ist nicht schön.